Heute zeige ich euch das allerbeste im Sommer. Heute ist der Schnee schon richtig heiß und da zeige ich euch einen Sonnenschirm Export 320 mit Auto Tilt. Auto Tilt ist, wenn man dann dreht und der geht dann in die Kippfunktion. Gekostet hat so ein Schirm, das ist von der Firma Doppler. Das ist die Marke, ja, die ist auch ein cooles Teil. 170, 160, 170, 180, gleich zwei davon gekauft. Eingepackt wie Modeklamotten, Doppler, Spaß, Glück, Fashion. Eckige Stange, nicht ganz rund, dadurch hat sie mehr Kripp. Am Griff unterscheidet es sich, das ist kein billiger, sondern so ein schönes Rad. Da haben wir auch schon so schöne Kurbel drin und hier haben wir noch irgendeinen Schutzstoff drauf, den machen wir weg. Oh, wunderschön. Das Rädchen drehen. Was für ein schönes Rädchen. Jetzt müssen wir halt die Höhereinstellung noch zurechtfinden. Und jetzt kommt der Autotilt, das berühmte Autotilt. Und wenn es dreht, dann fährt er da hoch, geht automatisch in diese Schräge rein. Mal drehen. Guck mal hier. Nur die Höhe müssen wir einstellen. Irgendwas drunter stellen vielleicht. Ja, schön ist, dass es so einen schönen Stoff hat. Da gucken wir uns mal den anderen Zeugs an, dann haben wir hier so Aluleichten. Schön gearbeitet. Dann bei Wind zusammenfahren. Gekannter Stahl. Schöner Griff. Kein so ein Billig-Scheiß. Schönes Rädchen. Mal zusammenfahren. Ich bitte folie, ich schmeiße, nicht euch mal an die Höhe. Über trabalhar werde ich, sich an die Höhe zu machen. Vielen Dank.